ARD Text im Auftrag von Funk Ist Elliot ein Mensch? Nein, er sieht aus wie ein Drache. Was ist ein Drache? Das ist ein Drache. Du musst nicht mehr weglaufen, Pete. Du kannst bei uns bleiben. Sie werden nach dir suchen. Du musst dich verstecken. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieses Vieh imstande ist. Hört auf! Elliot, lauf! Du bist sehr mutig, weißt du das? Ich würde sogar sagen, du bist der mutigste Junge, den ich kenne. Elliot! Elliot, der Drache. Wir fahren Richtung Osten. Wir verfolgen einen... Einen Drachen! Es ist ein Drache! Du kannst doch nicht über Funk von einem Drachen reden. Euer Richard!